dann wollte ich hin jo tschau wollte noch was essen bevor ich weitergehe alles klar ich muss langsam gucken wo bekomme ich brot her so da bitteschön könnt ihr wieder haben ich muss mal wieder 995 bern da drin ja dann kann ich mal hier durchschauen und ich jetzt auch wirklich dahinter so max 900 du bist dran das ist fix das dauert jetzt ein bisschen 500 600 700 800 900 95 bären gab es auch gerade 9900 erfahrungspunkte eigentlich mal gucken wie ich mehr bärnfelder baue und dadurch einfach mehr upgrade das könnte ich mir als nächste aufgaben ersetzen stimmt mehr solcher felder einfach warte mal ich brauchen weil ich mehr ihr seid mir zu verschwendet wo haben wir sie denn da kann man ja einiges bauen sie mal das anklicken muss heute hier steht wer hat voll im wege wohnen sie viel solcher felder hin das reicht dann erst mal ob jetzt haben wir keinen stein mehr das ist doof wir haben keinen stein mehr ja gut ich korrigiere mich einfach noch mal jetzt aber komm so kommt da sind ganz viele felder da können wir bald mal ganz viele bären durchschauen vielleicht bekommen wir dadurch ja ein bisschen was an erfahrungspunkten was ein träumchen wäre richtig voll denn da da und wir brauchen die bären aber da unten danke so jetzt aber kommt zurück jetzt haben wir wieder was und was dahinten wollten wir hin so vielleicht schaffen wir ihn vielleicht schaffen wir ihn nicht werden träumt ich könnte ja mal war mal hochfliegen mädchen ich würde alles freischalten indem ich einfach nur die tür mit einem mache also dass hier oben einfach einsammeln hallo kannst du bitte darauf landen nein nein und ich habe ja auch noch nicht mal ob es was am damage kommen sollte reichen danke bitte kommen beim anhieb ohne probleme durchziehen los geht's schwefel nice ach habe ich schon einmal nevermind ja cool dann habe ich halt jetzt noch einmal ist nicht so schlimm so ich denke mal kreiber wird ja am besten so ein ja ich spiele alleine tatsächlich ja darf ich ja rein ich habe auch kein multiplayer an ich habe keine ahnung warum das kommt ich habe ein standbild sehr entspannt ich habe nicht gespeichert das wäre ziemlich ärgerlich wenn das jetzt hier abbrechen würde machst du bitte weiter das wäre sehr schön lalali tralala 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 ich kenne ich schon ach ja mal probiert na stimmt schon mal probiert da war ja was ui hallo ok na dann lilly und laline achte oder lillen ich habe keinen blassen schimmer ich glaube wir machen wesentlich mehr damit gegensatz zum letzten mal uff du sollst euch in der sporen da kommen wir 9000 leben sind schon runter 10.000 leben sind schon runter läuft definitiv besser als zum letzten mal so ich muss näher ran damit ich mehr damage mache und die kann man ja leider nicht fangen finde ich sehr schade ich finde es schade dass man die nicht fangen kann meine rüstung lädt sich auch gerade wieder auf so kommen sie durch du bist dingst komm 46.000 leben nur noch warte mal fühle ich nicht ach du machst auch diese attacke ok wir haben ja schon mal gesehen kurz einmal ausweichen 42.000 ich hasse diese wasserblasen ah jo du bist ja voll durch die minuten noch haben wir zeit also ist ja super entspannt kann man wegschießen das wusste ich gar nicht kann man wechseln die kann man nicht wegschießen die große ok wo willst du hin wenn du keinen nutzen hast kannst du mir ruhig bescheid sagen ne ich habe auch keine lust auf dem fight hier 28.000 leben ist ja mal mega entspannt warum haben wir im letzten mal so lang gebraucht wo das ja jetzt relativ zügig geht waren wir da noch ein bisschen am bar mit einem großen level unterschied oder ich weiß es nicht oder haben wir nur so passiv gespielt weil wir angst hatten bieten könnte man auch mal setzen du bist dran au das hat mir grad ganz schön viel lehm gezogen ich muss ein bisschen aufpassen eh die ging einfach durch ich mache kurz essen natürlich ein bisschen lehm auflade und ein bisschen konzentrieren du bist dran los ich kann nicht mit dem flügel schießen bitte 10.000 noch ich glaube das war auch über 10.000 gehapert ne da waren wir ja schon ganze zehn minuten gebraucht gut gut hier wo warte mal 5000 10 1 3 2 3 2 3 2 3 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 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 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 2 2 2 5 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 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 12 11 11 12 13 14 15 12 das heißt für mich die tag ich kann es mir in die wüste erst mal rein weil hier vorne aber nur noch ihn an du bist ja auch keine wüste drin wirst du gar nicht wo ihr noch bosse sein sollten wenn ich ehrlich sein soll was hier drüben ist gar kein plassen schimmer wirst du nicht wo der noch ein boss hier sein sollte hier können wir noch ein bisschen abfliegen hier so den gebietes hier machen wir jetzt auch mal jetzt ein paar minuten letzten 25 minuten würde ich noch ein bisschen erkunden gehen jetzt würde ich tatsächlich noch ein bisschen erkunden falscher boss nein die wollte ich haben jetzt können wir noch ein bisschen erkunden wir haben ja so viel soweit schon sehr viel gesehen sehr schön wenn du mich fragst ja im bauern schon wieder ach schon wir haben ja dings naja ok was haben wir denn hier neu wir haben die oasis die können wir jetzt auch mal bauen das steintor können wir jetzt bauen und möbel haben wir auch schon wieder da unten uhren sehr entspannend wir wollten jetzt hier so ein bisschen erkunden also diese stelle mal ein bisschen aufdecken und level müssen wir ja auch mal wieder theoretisch ja wie gesagt dann möchte ich mir mal gucken was der bessere weg ist am besten schnell zu leveln jetzt habe ich ganz viel mehr angesetzt mal gucken ob das relativ fix voll wird dann wäre das ja schon mal ein träumchen weil ich ja durchbraten der gesehen hat ja auch schon 1900 erfahrungspunkte gebracht gut das ist jetzt kein sinn und zweck ich meine sind jetzt eigentlich gar nichts aber das geht ja immer das geht ja relativ fix schnell voll also doch könnte ganz gut sein könnte auch nicht ganz gut sein naja wir probieren es einfach mal mit dem weizen weiß ich jetzt leider auch noch nicht allzu viel anzufangen siehst du vor allem als auswiesen sind immer noch beide stufe also was habe ich stufe eins ja bisher noch keine besseren gefunden ich weiß auch gar nicht wo ich bessere finden soll oder sollte ja sonst ist es echt du naja ich drücke immer wieder mal die insel ist gleich aufgedeckt das ist nicht schön haben wir das nächste gleich vulkan müssen wir werden dahinten ist noch ein naturschutzgebiet wir haben da hinten auch noch eins hat einer haben wir ja schon mal gesehen da waren wir ja tatsächlich auch schon so genau wie ein waren wir ja schon sonst ja kommen wir doch viel rum es geht auch relativ ist sehen wir die stadt eigentlich schon von jahr die sehen wir schon von hier aus dies ja da hinten da wo die ganzen gesteins riesen sind so wir wollten ein bisschen übers wasser machen wir das doch einfach mal ich kann echt zufrieden sein dass es keine wirklichen wasser pols gibt sonst würde ich mich drei vier fünf tausend mal erschrecken ich hasse tiefen ich habe schon immer gesagt ich jetzt auch immer sagen ich hasse tiefen das hat sich einfach boot fahren obwohl ich auch mal lust drauf hätte so aus dem kreuzfahrtschiff zu sein aber mal sieben tage über das wasser zu cruisen hätte ich schon lust aber ich hasse tiefen okay ja warum ist das auch noch ein lüften monk hier muss ich auch noch weiter sammeln damit ich weit dann sich die aber eigentlich zufrieden mit der fangen wahrscheinlichkeit die brauche jetzt eigentlich nicht unbedingt leveln ich bin damit sehr zufrieden was ist denn hier los warum sich dann hier bläulicher was das mal wieder wolke zu tun warum sie so blau kann sein dass es der schatten von dem da ist es ist der schatten vom turm okay deswegen ist es da so blau oder bläulicher dunkel dunkle 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 hier ist ja noch mehr genau so ich glaube ich habe das jetzt hier nein da sind schwarzer flecke noch mal zurück das ist ja ekelig so wenn dann wollen wir die karte ganz aufdecken da bin ich ganz penibel so da hinten will ich hin aber kann man nicht hin da will ich hin dann sind da solche blauen stellen im baum ist das neu ich habe mich daran nicht so daran erinnern dass das so bläulich wenn man das blau war ich ja mittlerweile hin geht das mittlerweile haben wir das geändert ich weiß es nicht ich weiß nur dass ein red boss dazu kam jetzt wo ich nicht weiß wo der ist und wie ich den bekomme wie ich den sparen kann und ob ich den guck alleine schaffe ich bin ja hier alleine auf der map jetzt auch mit anderen kollegen haben jetzt auch angefangen zu zweit zu spielen aber im großen und ganzen sind wir doch nicht so allzu weit da gekommen weil wir relativ wenig zusammen spielen haha ja also beim stream gespielt oder kann sein jetzt sogar im stream gespielt habe weiß ich gerade gar nicht so genau habe ich die katzen schon ein arsax habe ich glaube schon das ist nicht das wilde so blaue katzen das ist eine gute frage habe ich die schon wenn ich dann einfach mal fragen und mal gucken wo gibt es den eigentlich in der nacht auch hier okay aber nur ins dunkel ist okay der sieht auch sehr interessant aus wie es aussieht habe ich noch keine blauen katzen dann besorgen wir uns mal einer wir holen uns mal eine wo sind sie hin dahinten ist einer nicht töten bitte na ist denn nach wir haben schon welche ok aber meint wir haben doch schon welche genau dass wir haben die noch gar nicht ok zurück habe ich jedoch werfen können kannst du bitte was machen und nicht so gucken hallo machst du bitte mal was diese pols haben die von der intelligenz abgenommen ich habe keine ahnung heiß rüsen cool euch habe ich auch schon ja ne die habe ich tatsächlich schon mach was ich brauche erfahrungspunkte deswegen mache ich jetzt alles was ich bekommen kann greifen die sich jetzt gegenseitig an ach das ist ein pinguin lol naja wird schon ne komm sei sauer ja ich brauche die erfahrungspunkte per naja gab es auch normal ist einiges was ist ja das für essen gibt aber so viel erfahrung bringt mir leider gar nicht wie ich eigentlich haben würde wollen gut ich glaube ob ich jetzt einer von diesen anderen wesen findet die ja nun nach nachts bauen muss ich ja wenn dann irgendwo hier umgeben jetzt zum baum da möchte ich so gerne hin aber so weit ich weiß müsste eine rote barriere sein dass man da nicht so einfach hinkommt ganz hoch fliegen theoretisch aber so lange reicht die ausdauer gar nicht außer du stellst ja auch so komplett aus naja so ein kriolin nix ich habe ich noch gar nicht wo siehst echt entspannt aus und ich habe ich noch nicht na 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 mach mal los boah du siehst echt entspannt aus zwei prozent grad mal aua nö abgeblockt ich weiß ob du eine kälte rüstung an da warte mal warum bekomme ich der mensch ich habe eine kälte rüstung an warum ist das so kalt aber ich habe eine artikel bekommen natürlich stinks warum war das mal so kalt ja ich muss erst mal zu meinem zeug jetzt kommen wie sie wie wie ich jetzt mal schlafen aber warum war mir so kalt das habe ich nicht ganz verstanden das habe ich tatsächlich nicht verstanden aber hey wir haben ihn gefällt mir naja okay hallo hallo machst du mal bitte nicht das was du machen sollst danke